Als er vom Mord an einem Vetter Hans von Hutten erfuhr, der auf Befehl des brutalen und wohl blödsinnigen, aber gefährlichen Herzogs Ulrich von Württemberg umgebracht worden war, davon in anderem Zusammenhang Näheres, verfasste er seine Phalarimus, ein Gespräch im sokratischen Sinn gegen Tyrannenwillkür, das ihn in ganz Deutschland und auch dem an Literatur interessierten Kaiser Maximilian bekannt machte. Oben wurde schon kurz einmal der Name Reuchlin erwähnt, Großonkel Melanchthons. Johannes Reuchlin, 1455 bis 1522, der sich gelegentlich in humanistischer Manier Kapnion nannte, von griechisch Kapnos, der Rauch, war einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit. Ein aufgeklärter, freisinniger Mann, der beginnenden Reformation aufgeschlossen, zu der er sich allerdings nicht öffentlich bekannte. Reuchlin geriet in Streit mit den, typisch Dominikanern, in Köln. Ein von dieser Mönchsbande zur Taufe überredeter Jude namens Pfefferkorn, der offenbar nach seiner Konversion päpstlicher als der Papst geworden war, verlangte öffentlich, dass seinen ihrem Glauben treu gebliebenen ehemaligen Glaubensgenossen, den Juden also, ihre religiösen Schriften weggenommen und verbrannt werden müssten. Die Dominikaner applaudierten diese horrenden Barbarei. Reuchlin trat ihr in einem vom Kaiser 1510 in Auftrag gegebenen Gutachten entgegen. Das brachte wiederum Reuchlin in Schwierigkeiten. Ein kirchlicher Prozess wurde angesagt, der ihn fast bis zu seinem Tod quälte. Die Affäre bewegte die gelehrte Welt nicht nur im Reich, sondern darüber hinaus. Schriften und Gegenschriften flogen den Kontrahenten nur so um die Ohren. Auch Reuchlin selbst griff zur Feder und der Ton wurde immer bissiger. Am bekanntesten wurden die anonym erschienenen Epistole Obscurorum Virorum, Briefe der Dunkelmänner, Deren Autor oder Autoren man auch heute noch nicht kennt. Eine Sammlung von Werken sogenannter indirekter Ironie. Das heißt, die Briefe waren in übertriebener Weise in dem Sinn geschrieben, den sie als verwerflich bloßstellen wollten.